hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren let's play i got nights diesmal auf dem battle bild einnehmen ja wieder dabei ist der finir und wir finden hier noch herr komm auch hier du eierkopf die katapulte bringen nix doch triffst eh nicht jetzt gibt gas das ding umso mehr leute dran sind umso mehr schaden macht man leute an die katapulte und schiebst mit zumeist ich lasse mich okay der hat gerade überhaupt kein plan was abgeht weil der renter planlos in der mittel chinesische gene hat in my brain moment ja ich schiebe das andere ding weil irgendwie ja okay ja wenn man ein zusätzlich steht ist ja kein problem aber ich weiß nicht was unsere kollege da machen unsere kollegen macht die fangen jetzt das anzuschieben ja das war super smart idea alter was für kacke ey so das ding ist kaputt ich komm zu euch das problem ist man muss hier echt einfach gas gehen weil so wenig zeit in diesem modus oder auf der map sozusagen auf die map ist kacke wir kriegen gleich besuch warte ich muss meine leute zu mir rufen von wo wen wo vorsicht da oben naja ja ok ist nur einer soll es nicht abhauen weil umso mehr schaden macht das ist doch deine soldaten einfach kommen die stemmste nicht ja natürlich hier hinter dem bock ja da stehst du geschützt ja nur meine soldaten sicherheit weil die von oben schießen da hast du sie da also jetzt macht die tür auf natürlich kann ich was kannst du ja ich kann die gar nichts kannst du ja genau drei zwei eins was steht keiner oh einer gibt gas ab zu drei felix äh haut nicht alle vom Rambock das Tor ist offen ich glaub's nicht dann äh nehm 4 ein ich glaub 4 4 ist wichtiger ich krieg hier Besuch er haut jetzt bloß nicht von dem scheiß Rambock ab der muss schnell sein hä wir schieben die Schiele guck siehst du aber das haben wir schon mal geschafft und trotzdem verkackt ja weil ist einfach zu eng da oder sei sie Müll da das Level ist echt nicht geil normalerweise muss einer immer bewachen leider normalerweise ja richtig gut gut ich könnt bei 2 ein bisschen Hilfe gebrauchen und 2 scheiß ja weiter einfach Gas gehen wieso kommen meine Soldaten nicht einen vielleicht am links Soldaten kommen zu dir kommt einer Matze ja deine Soldaten kommen jetzt auch versuch zu halten wir sind fast am Tor ja der versucht das Tor zu zu machen deswegen ja aber das ist ja egal ja nein sag ich mal wenn du deinen Soldaten ein bisschen durch ne das ist wie gesagt er hat das Tor zu jetzt normal ja monzaleu ja er verbaut durch so das gehört uns auch ne ja ja Feni ist durch ja genau ja ich habe hier irgendwie der Tor auf ja bin dabei das wäre jetzt optimal ja ich Feni lenkt ab ich mache ihm auf ist zu haut ist da auch nicht mein Platt nice guter 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 so ja jetzt 16 Minuten Alter das wird ja wohl jetzt irgendwie klappen ich bin stark dass ich so laut bin ihr rennt durch ihr rennt durch ich verteidige vier Alter versuchst zumindest da kommt einer boah diese blöden Pferde genau mach 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 die vier dicht wenn du kannst ich krieg hier beim generalbesuch bin auf weg passt auf sag rechtzeitig bescheiden wenn es eng wird Gerrit ne ja Mr. Torpe unser Lieblingsfreund ha Gegner oder Freund ja also unser Lieblingsfreund beziehungsweise Gegner gerade ah ok äh und nicht nicht töten oder nein 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 weil nee die Geräte bloß nicht töten einfach nur die Soldaten am besten wenn überhaupt boah ich habe hier jetzt ordentlich zu tun mach mach die Tür zu mach einfach die Tür zu geht ja nicht geht ja nicht wie weit seid ihr da? ihr kämpft? ja das geht ihr könnt am kämpfen ja das könnte noch ein bisschen dauern ja das könnte noch ein bisschen dauern ja ja wir brechen langsam durch hier aber ich ich kann nicht ich kann auch nicht ich kann auch nicht zurückkommen so ist es nicht ja komm lieber zurück alter ich bin ein bisschen oder warte mal 6 500 noch los baller durch da scheiße grad so der Schauer ist ja fast tot ja baller durch egal ach goldius laser ist auch da ich kann ja nicht sagen aber das diesmal war das einfach das ist nicht so laut das war so eine kacke eigentlich ja das das zwar die schlechtesten Werte aber hauptsache Sieg 10.000 warte 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 ja meine Lieblingszuschauer war ein schöner Sieg bis zur nächsten Folge tschüss 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 tschüss